Ich stelle mir vor allen Dingen Hochschulen vor, die deutlich projektbasierter agieren, also sowohl im Lehrplan als auch in den Angeboten drumherum. Was wir merken ist, dass viele Studenten extrem lebenslaufgetrieben bei uns im Studiengang unterwegs sind und wenn dann mal der ein oder andere Ausflug auch in ein zivilgesellschaftliches Projekt kommt, was teilweise bei uns auch über ECTS beschleunigt oder möglich gemacht wird, dann gehen die mal ganz anders auf und nehmen teilweise auch ganz andere Entwicklungen. Also ich wünsche mir einfach, dass es mehr Projekte gibt und das fängt vielleicht auch schon teilweise bei, jetzt in unserem Fall bei Gründerräumen an, die es gibt, Coworking Spaces, Programme für Leute, um sich zu verwirklichen neben der Uni und kann vielleicht auch bei Lehrplänen, Fallpflichtfächern oder Pflichtfächern aufhören.